Heyo alle zusammen, mein Name ist Jaita und willkommen am Ende vom Jahr 2022. Oh mein Gott! Ja, am 24.01.2022 kam mein allererstes Video online. Und, ähm, gut, das war zugegebenermaßen reichlich beschissen. Aber es war nun mal ein Anfang und, ähm, es ist wirklich unglaublich, was seitdem alles passiert ist hier. Vor allem die letzten Monate, euer Support, die vielen lieben, netten Worte, die ich lesen durfte. Das war einfach, das ist wirklich unglaublich. Also vielen, vielen Dank euch. YouTube ist zu einer richtigen Leidenschaft einfach geworden und ist gar nicht mehr wegzudenken. Sich einfach mal hinzusetzen, ein bisschen Spaß zu haben und, ähm, andere daran teilhaben zu lassen und euch eine kleine Freude zu machen da draußen, denn darum geht es hier ja. Und das ist einfach wundervoll. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, da das ja nicht so abrupt enden soll mit dem letzten Video, mache ich doch mal ein kleines Best-of. Warum denn auch nicht? Aber ich würde sagen, Film ab. Vielleicht kommt eine Chase-Sequenz, oder? Ich spüre es. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! 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 Dieses Spiel. Jetzt sind wir alleine im Schrank. Was meinst du, wie ist der Geist gestorben? Fuck. Ey, sag mal, bist du verblödet oder bist du blöd? Josef Jones, Josef Jones, Josef Jones. Josef Jonas! Du bist ein Hu- I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Dadadadada, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. The only one that I walk alone. Ist es gut? Jason, Jason! Jason? Jason! 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 Boah, Alter, ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass irgendwas irgendwie in den Wäldern ist. Jason! Also, wir sind hier auf jeden Fall erleuchtet. Weh, das ist jetzt kein Onryo. Dork! Warum? Ich... Oh! Bei Phasmophobia oder bei... ja, was auch immer. Da wurden grad die Schüsse gesprengt. Okay. Sch Sí! Ah, mit an der Fresse! Ah, es tut mir leid. Es tut mir wirklich irgendwie leid. Ah, mit an der Fresse! Na fahran! Boah! Alter! Was ist denn dieser Toaster? Hi! Ich bin dein größter Fan! War das gerade ein Storch? Was war das denn, Alter? Na fahran! Du wohnst, du wurdest am Toilettenkopf verschlungen. Sag mal, warum klingen meine Schritte, als wären sie von einem DJ geremixt? Was ist denn der Toilettenkopf? Was macht der Toilettenkopf? Was macht der Toilettenkopf? Äh... Oh, Leonard, ich werde dir ein schönes Haus bauen. Oh, Leonard, ich werde dir ein schönes Haus bauen. Oh, Leonard! Ja, du kleines dummes Stück, komm zurück jetzt! Alter, das ist mein Hut! Mein Hut! Mein Hut! Ciao, Bella! No! Und da hinten ist er jetzt und guckt wieder Fernsehen. Ich hätte gern den Hintern von Jennifer Lopez. Oh! Was zum... Ist nicht normal! Oh! Was zum... Holy Shit! Was... Was ist denn jetzt? Oh! Ich glaube ich habe das Portal zum Himmel geöffnet. Scheiße! Wie kriege ich das wieder zu? Oh! Ich hab so ne Bache Musik in meinem linken Ohr die ganze Zeit. Oh! Oh! Aua! 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 Aaaaau! Strange... Ah... Ha! Strange! Nein! Das ist richtig strange jetzt hier! Das ist nicht gut! Lass mich! Doktor Strange, hilf mir hier! Äh... So muss Norman Sky ausgesehen haben beim Release. Warum habe ich diese Berufsentscheidung getroffen, ein Astero... Ein Asteroid zu werden. Ein Astronaut zu werden. Aber wenn ich das Superman zeige, der dreht doch auch nur im Rad. Fuck! Er wird sich fragen, Junge, Jaita, was spielst du für eine Scheiße? Ich werde das bestimmt nicht 1 zu 1 sagen. Die Aufnahme läuft die ganze Zeit! Ja, ich muss mal ein bisschen deine Festplatte zumüllen. Batman! Es soll ein funny Joke werden, bitte sag es nur einmal. Hummm... Meie... Spiel Norman Sky mit mir, 50 Stunden am Tag. Nee, ich will aber das Faulste mit dir spielen. Ach, bitte, die Aufnahme ist jetzt schon 2 Minuten, die Anliebe. Ja, ist wichtig! Ich will aber TheForest mit dir spielen! Kommt alles in rein. Find ich gut. Zwei Minuten Black Screen, einfach nur Sound. Einfach nur irgendwelche Vollidioten, die grad irgendeine Scheiße machen, Alter. Batman! Ich bin ein Pain. Nur mit Sky aufzunehmen ist langweilig. Oh, ich hab schließlich schon 15... 구... Pizze! 비ztablos flach! Ah ja, geh wieder zurück. Schön zurück an dein Haus! Beeil dich ruhig nicht. Oh! Ja! So muss das sein! Kumpel, was ist denn mit dir? Sag mal. Gefällt dir das Fenster nicht, oder was? Oder die Farbe der Wand? Ich frag mich total, woran das liegt, dass ihr diese Farbe nicht gefällt. Na, ist deine Frau noch ganz? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Nachbar, bitte, rette mich! Steht hier noch wer? Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe... Ähm... Hoch, nicht... Ich möchte aber auch so einen Custom-Death-Sound dann haben. Der Michael Afton-Death-Sound, Alter. Ich hab die Original-Teile nie gespielt. Keinen einzigen. Ich hab nur Security-Bridge gespielt. Gregory, Siehst du diesen kleinen Wind auf dem Boden? Michael Afton-Death-Sound. Michael! Michael! Don't leave me here! Michael! Michael! Oh Gott, ist der gruselig! Was beleidigst du mich? Ich werde das garantiert niemals durchspielen, dieses Spiel. Ich wette das mit euch. Werde ich nicht. Tu ich nicht. Mach ich nicht. Nein. Bin mir vergessen. Nacht 5! Scheiße. Nee, das machen wir nicht. Oh mein Gott! Ihhh! Ihhh! Ohohohohoi! Wenn diese Tür jetzt nicht aufgeht. Geht. Wenn diese Tür jetzt nicht aufgeht. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Pizza-Lieferung! Pizza! Pizza? Klaps, klaps! Klaps, klaps! Klaps, klaps! Oh mein Gott! Ja, den Wolfskrack hat man durch das ganze Treppenaus hier gehört. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die örtlichen Dreierkerze. Was? Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die örtlichen Kerzen. Diese gibt es zufällig auf verschiedenen Stockwerken verteilt, aber sie sind immer zu dritt. Da wir keine Assets mehr hatten. Äh, da dies eine große Symbolik des Spiels ist und dies sehr viel Bedeutung hat. Das ist der Anfang eines schönen Kinofilms. Ich seh's kommen. Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze. Die Wucht. Die Strahlung. Die Stimmen, sie hören nicht auf. Stürp, 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 stürp. Ich muss warten, bis er dort ist. Eine Schlange. Ich will mein Geld zurück. Eine Flashlight? Nee, hab ich nicht. Oh Gott. Was? Deck. Alter, warum ist sein Gesicht gespalten? Der klappt sich gleich auf. Der, der reviert da gleich sein Endoskelett, Alter. Das ist für die Wissenschaft, okay? Ich, ich, ihr wollt das doch auch wissen. Oh Gott. Oh, what? Oh Gott, ich wusste nicht, dass das angeht. Guck mal, es freut sich. Es war kurz in der Hölle gewesen. Seid zu Hause. Oh, fuck, no. Oh nein. Oh nein. Du reißt nicht schön, ist es immer. Oh, der Schmerz. Ist das dumm. Oh mein Gott, Quicktime Events. Was ist denn jetzt? Ah, die. Oh mein Gott, der. Ist das geil. Der große Fight. Mach ihn fertig, Thomas. Oder wie wir heißen. Tank Engine Power. Mach doch die blöde Tür auf. Ich klicke die scheiß Tür nicht auf, Alter. Oh, ich bin so hibbelig gerade, ey. Ich klicke die blöde Tür nicht auf, Alter. Hallo, da. Alter, was? Mach zu. Mach das Ding einfach zu. Das klang jetzt nicht gut. Die hat meinen Fan erlegt. Was ist dieser Glitch immer? Das geht mir auf den Sack. Ich komme, Madison. Mit Verstärkung. Oh, scheiße, Madison. Ich bin so. Oh nein. Oh nein. Ich bin aus der Web gefallen. Warum mach ich auch so'n Scheiß? Och, komm, jetzt muss ich das noch mal neu starten. Scheiße. Warum waren jetzt nicht die Backrooms da, um mich mal aufzufangen, hä? Der hat Schlüssel. BAU! Boah, ey! Wann hat der da auf seinem Dach rum? Ist der wirklich wie mein Nachbar? Das hat mein echter Nachbar auch schon gemacht. Und dann ist er runtergefallen. Oh. Nein! Jetzt hat er mich geküsst. EILALALALALALALALALA Guck mal, jetzt guckt er wieder Fernsehen und er hat gerade seine höchste Priorität Fernsehegucken unterbrochen, um jetzt seine Blumen zu gießen und danach mit seiner Gießkanne Sport zu machen. Das nenne ich Prioritäten! Was auch immer das grad war. Jetzt hat er sich grad seinen Kopf in die Gießkanne gesteckt, um sich mal sein Gesicht zu waschen, ne? Nach der harten Gartenarbeit ist es auch nötig. Und dann muss man halt auch mal ein bisschen meditieren. und dabei seinen inneren Geist etwas freisetzen. Warte mal. Das ist Rockys Familie. Rocky, mein Freund. Ich hab Rockys Familie gefunden, oh mein Gott. Du bist wieder da. Oh, wie schön. Oder ist das die geheime Klonarmee für Rocky? 200.000 Umstände sind bereit, mit 1.000.000 mehr auf dem Weg. Alter. Ganz ehrlich, das ist Stranger Things Staffel 4. Wenn ich gleich auf irgendein komplett zertrümmertes, schwebendes Haus treffe, dann weiß ich, was abgeht. Die Zeit ist gekommen. Krissi, warte auf. Ich mag mich nicht. Ich stehe unterwegs nachs Fluch. Oh, guck mal. Sogar der Friedhof passt, Alter. Guck, die Parallelen sind... Die sehe nicht, du ich, okay? Nicht, weil ich Staffel 4 dreimal gesehen habe. Nein. Daran liegt das nicht. Oh Gott, der hatte gerade kurz keinen Kopf gehabt. Oh mein Gott. Was? Hast die gerade den Kopf wieder abgerissen? Was machst du, Junge? Warum hältst du ihn denn auf? Er wollte gerade mit seiner Hand die Polizei rufen. Hast du das nicht gesehen? Mein Werk. Oh, guck mal, der Detective. Die Mucke! Oh mein Gott, was ist passiert? Das ist nicht so dramatisch. Oh mein Gott, Alter. Was passiert denn? So, hier. Kannst du mir nochmal so schön gemacht? Ja, bitte. Oh Mann. Sagt nichts gegen meine mexikanische Musik. Que pasa, que pasa. Que pasa. Jennifer Davis. Jennifer Davis. Jennifer Davis. Jennifer Davis. Jennifer Davis. Jennifer Davis. Und auf, wie viel Geld hast du eigentlich? Jetzt haben wir noch 4000. Noch? Sporadisch gefragt. Können wir mit einer normalen Papierschere eigentlich Ketten durchschneiden? Nein. Sieht nicht so aus. Mein Name ist Spiritual Louis. Und das wird wahrscheinlich meine letzte Aufnahme werden. Ich habe diesen Job erhalten, weil ich nichts anderes kann. Omi! Ich hab den Job! Das ist hier toll, dein Schatz! Omi! Ich hab den Job! Boah, Alter! Das ist ja wirklich die Omi! Omi! Ich hab den Job! Warum muss ich hier mal alles kaufen? Weil ich kein Geld mehr habe und Steff und die nicht kaufen können. Ja, dann schaff dir Geld an, Alter. Kauf dir Geld. Oh, wow! If you're homeless, just buy a house. Termometer, starke Taschen am Beräucherstäbchen, Salz, Feuerzeug... Das Spiel ist super toll, haben sie gesagt. Das ist die bestseller Neighbor Mode ever, haben sie gesagt. Das wird dir total Spaß machen, haben sie gesagt. Ich bin ein bisschen schon... Ich bin ein bisschen so... ...erregt. Ich tippe jetzt einfach irgendwas an hier. Revenant, keine Ahnung. Ciao! Trustpilot, 5 Stern und so weiter. Würde ich wieder besuchen. What? What? Bist du freundlich? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Er hat... Oh shit, nicht gut. Oh nö... Fuck! Liebe Mitbürger, liebe Menschen, liebe Geister. Mein Name ist Olaf Scholz. Ich setze mich ein für gleiche Rechte für Menschen und Geister. Und deswegen frage ich sie jetzt. Könnten sie uns bitte ein Zeichen geben? Nein, dann f*** ich doch selber. Mein Name ist Olaf Scholz. Nein, hör auf. Und ich hab den Job. Alter, was ist das für eine Lasse? Alter! Oh, ich sterbe gerade. Ich bin zu... Ich hab's gehört! Was war das denn? Leg den verdammten Fuchs wieder hin! Grand Canyon! Grand Canyon! Grand Canyon! Grand Canyon! Grand Canyon! Grand Canyon! Alter, halt deine Fresse! Grand Canyon! Was zum... Nein! Ja, Herr Rar! Ja, Herr Rar! Ich hab gerade mein Headset rausgezogen, scheiße. Der Profil ist... Ah! Oh Gott! Ich bin nicht... Das fällt nicht auf, wenn ich hier drin hocke. Ein paar Sekunden später. Er ist super schnell. Try holding your breath. Das fällt nicht auf, Mr. Myers. Nein! Nein! Kennst du so'n lila Typen? Der heißt auch Michael. Michael! Michael! Don't leave me here! Kill Michael Myers! Wie willst du das schaffen, Junge? Durch eine Funktion... Dritten Grades... Ich bin Michael Myers! Ich räucher dich doch aus, du kleines... Schick-McNugget! Sag es nicht! Oloscholol! Son, you know, once you start, there's no going back. Nein! Bitte! Oh mein Gott, ich hab Messi gezogen! Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der beste... Oh mein Gott, ich hab Olaf Scholz gezogen! Oh mein Gott, ich hab Olaf Scholz gezogen! Oh! Oh! Hey! Hier! Ich hab Olaf Scholz gezogen! Nimm! Nimm! Ich will Talky Walky machen! Ich will Talky Walky machen! Ich will Talky Walky machen! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Oh! 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 Ich schreie gerade immer nur in die Geisterbox rein, Alter! Marky Forsti! Marky Forsti wie Fyralio! Du wirst ein langes Item benötigen! So ein langes Item hab ich doch immer dabei! Ein Lichtschwert? Der musste sein! Nein! Hi! Wollen Sie eine Tasse Tee? Nein, nicht im Traum! Komm! Theodor hat den immer angenommen! Also wirklich! Mach ich mir jetzt selber eine Tasse Tee, ja? In meinem neuen, funktionalen Wohnwagen hier! Guck! Jawoll! Privatsphäre! Tag 3 meiner großen Erkundungsreise. Noch bin ich auf kein Leben gestoßen. Und das Wetter ist ziemlich scheiße. Ich stolziere umher wie ein verlorenes Kind. Ein Kind gefangen in dieser Nachbarschaft. So wie ein Kind gefangen in einem Keller. Dunkel und feucht ist alles um mich herum. Auch ich bin dunkel und feucht. Das ist was sie sagte! Schneiden wir raus! Wer heult denn hier? Ja, ich muss doch aus! Jetzt hör doch mal auf zu heulen da hinten! Mein Gott! Ich versuche hier gerade Musik zu hören! Noch ein Hebel! Au! Aua! Oh! Ich würde gerne eine Pizza kaufen! Pizza? Kommen Sie vor! Hallo! Mit Salami bitte! Was? Salami? Wir haben Schinke! Haben Sie Salami? Nein, wir haben Schinke! Ich will Salami! Haben Sie nicht noch Salami? Nein, wir haben Schinke! Das ist doof! Nein, Schinke ist so gut! Haben Sie noch Salami? Nein, nur Schinke! Wie kann das sein? Dass Sie keine Salami mehr haben? Weil wir nur noch Schinke haben! Haben Sie wenigstens Käse? Nein, nur Schinke! Weil das ist dann noch beschissener! Ein kleiner Hu! Die ist genau clipped! Die ist jetzt in den Backrooms! Alter! Das gibt's doch nicht! Die ist jetzt in den Backrooms! Ja! Die ist jetzt in den Backrooms! Das liegt da rum! Ganz einsam, Alter! Die ist jetzt in den Backrooms! Ah, shit! No Basement yet? Problem? Ernsthaft! Es gibt doch kein... Ich schlachte euch alle systematisch ab! Ich hasse dich! Du blödes Stück Schei... Willkommen in Hellenbremse! Ach, wir müssen in der Spur... Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Was ist denn hier passiert? Navistaubig ist dein Regal, hm? Dass schön Wetter ist! Ja? Dass schön Wetter ist! Ja, ja! Ich seh, ich kann mich hier oben drauf stellen... Und dann hat er keine Chance mehr! Wie mach ihr das nur? Ja, hm... Hä? Was mach ich denn jetzt? Ignorier mich einfach! Ist schon okay! You didn't have to cut me off! Ich höre diese Schafe wieder blöken... Ah! Bungee Gum contains the properties of both rubber and gum, you see! Nein, Mann! Nein, Mann! Nein! Nein! Das waren jetzt 5 Sekunden! Die sind einfach weg! Die kommen auch nicht wieder! Wenn du dich jetzt schlafen legst, während ich hier oben... Meine geistlich-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex! Ah! Oh mein Gott! Hab ich mich erschrocken, Alter! Yo, alles gut? Mein Name ist Skyler White, Yo! Mein husband ist Walter White, Yo! Aha! Es ist mir... Mario! Danke! Bitte! Ha-ha-ha! Nicht deiner erst! Ha-ha-ha! Was der Typ! Luigi! Luigi! Jetzt Luigi da! Jo, wieder rumpoltert! What the? So sieht die Klassenpflanze aus, wenn man sich eine Woche lang nicht drum kümmerte! Boah, diese Legs! Och, Hello Neighbor! Och, Hello Neighbor! Och, Hello Neighbor! Baby? Ja, also man muss schon sagen, das ist ein sehr gutes Spiel! Das funktioniert sehr gut! Ja? So? Nein! Ich muss alles von vorne machen! Och, Mann! So spät schon! Ich wollt mich da noch umbringen! Ah! Nein! Sie sind geistig Willen! Ja! Los! 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 Oder hin... Kletter! Let's kletter doch! Nein, nein, ja, 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 du dumme, blöde, pissige Scheiß, aah! Ich hab's geschafft, sie haben mir gesagt, es sei unmöglich, sie haben's mir gesagt, ja, ihr habt es mir gesagt, aber ich hab's geschafft, richtig, ich hab's geschafft. Ich hab das Unmögliche möglich gemacht, das gibt's nur bei Jaita hier, ja? Ach du Scheiße, oh nein, oh mein Gott, ey, ich hab sowas noch nie gesehen, ich hab das noch nie erlebt, was zum Teufel, alter, back to school ist der Himmel dagegen, das kostet Geld, das kostet Geld, ja, na, alter, nee, guckt euch das an, ha, 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 Oh mein Gott hab ich mich erschrocken, Santa, was machst du denn? Ich bin der Gefahr. Ja! Du... Kannst nicht vorbei! Du hast Santa umgebracht. Fröhliche Weihnachten. Dankeschön. Es wäre sehr... Seaside, Alter. Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Sanig, fruchtig, frisch. Ich hab das grad gegessen. Galum! 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 Es tut mir so leid. Ähm... Hi! Boi, 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 boi! Battlekursor... Vielen Dank für dieses großartige Jahr. Auf ein paar weitere Jahre würde ich sagen, was? Kommt gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ciao, ciao!